Hey Leute, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt hier mal was ausprobiert. Ich bin wieder hier im Bunker. Ich habe hier einen, nee, nicht einen Schützen, einen Kamikazen gerufen. Und der hat mir hier ein Loch geschossen. Was ist denn? Ich erzähle nochmal so ein Vieh. Okay, offenbar nicht. Aber hier geht es jetzt weiter. Oder? Wo gehe ich hin? Was ist hier? Es ist ein neuer Schützenkommen. Mission aktualisiert. Du hast dir deinen Weg durch die Hölle des Niemandland zu den verlierten Schützenkränken gebracht. Du solltest mir den Soldaten sprechen, um etwas über diesen Ort zu erfahren. Hallo? Oh Gott. Schweinndorf. P-Quality Village, ja, sie haben das einfach übersetzt. Wow. Du machst mir Angst. Verdammt, sind die schrecklich aus. Oh, es gibt noch einen Amerikaner im Dorf. Du solltest mit ihm sprechen. Ja, das habe ich schon gelesen. Okay, wo denn? Hier. Okay, gehen wir da rein. Was soll ich denn? Leiter benutzen. Jetzt bin ich wieder raus. Nein, ich möchte da rein. Ob jetzt mit oder ohne Leiter, Techie. Okay. Gehen wir jetzt nach Schweindorf. Das kannst du wohl so sagen. Was für den Sinn, dann bist du in der Hölle. Das ist noch ein Brief. Ich möchte den mitnehmen. Die sehen alle so schrecklich aus. Aber er ist motiviert. Hi. Engländer. Wir befinden uns wahrscheinlich mitten im Zweiten Weltkrieg. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hi. Du kennst mich? Hör auf mit mir so zu reden. Ja, wonderful opportunity for you. Oh ja, so wundervoll finde ich das gar nicht hier. Halt. Okay, die rekrutieren hier offenbar Leute. In diesem Dorf. Hey Typ, ich sollte in die Kirche rein. Da geht es zum Weltspital? Da kann ich offenbar rein. Oh mein Gott. Wow. Der ist mit einem Bein. Pff. What the fuck? Fuck. Der kann doch so nicht mehr leben. Anthony Estacado? Wer bist du? Du bist nicht der Pfanne. Ach ja? Warum? Und dann schickt sie mich in die Hölle, oder was? Don't you see it? Everything happened here, Jackie. This is where it all began. That's why I'm back in this goddamn nightmare war. That's why we all are. I brought this darkness. Into our family. This is all my fault. Was it in a war? 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 Do you know why it chose me? I don't know. It needs a host, I guess. I messed up, Jackie. I brought it into the family. I didn't realize it would do this to us. Yeah, she has it, but... Why do I get out of here? And how do I get out? Listen. There might be a way to control it. I found out that a long time ago, one of the human hosts forged two special weapons that were used to control the darkness. Yeah, the one I have here. I promise you, Jackie. Then you'll go find them. You gotta work out how to control this damn thing before it's too late. Versprochen, oh, Großvater. Can I get through? No. Do it well. The poor guys. Don't listen to the darkness, Jackie. It'll lie to protect itself. Just keep going and don't look around. We'll find your American chairman in the church. Don't believe him. Die Berge. Oh, no further, Jackie. Oder die Hügel, ja. Doch, die haben mir gesagt, ich soll da hin. Auf dich höre ich gar nicht mehr, Finsternis. Weißt du das? Das finde ich gut. Und weiter? Naja. Viel gibt es offenbar nicht zu wissen über die Esticados. Bin ich hier? Gehen wir normal die Treppe runter, wie ein normaler Mensch. Hi. Wow. Der sieht irgendwie nicht so gesund aus. Hab ich so das Gefühl jetzt. Ich hab mich mal wieder irgendwo verlaufen. Munition. Da hinten ist auch noch Munition. Munition. Und sonst? Ist eine Glocke oder sowas im Weg. Keine Ahnung, was das genau ist. Aber irgendwo muss es doch einen Weg geben. Vielleicht komm ich mit der Finsternis. Da rüber, wenn ich hier das Licht ausmache. Äh. So, bitte. Kannst du? Okay, dann geht's dann... Da irgendwie weiter. Aber sonst... Wie will ich das Ding? Ich kann hier auch keinen... Typen rufen, oder? Mach hier mal das Licht aus. Alles. Vielleicht hätte es gereicht, wenn ich das ausgemacht hätte. Ich brauche irgendwo eine... Was ist das? Äh. Keine Ahnung. Ich brauche hier irgendwie eine Quelle. Wo ich so einen Sprengtypen... rufen könnte. Was ist eigentlich der Typ von vorhin? Da rüber komme ich bestimmt nicht. Oder? Nein. Irgendwie. Irgendwie muss ich das Ding sprengen. Habe ich so jetzt das Gefühl. Das klingt da dauernd so. Was ist eigentlich das? Weiß ich nicht. Ich seh nämlich gar nichts. Ich seh mich. Ich seh hier rüber. Und dann geh ich wieder runter. Hm 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 hmhm. Du stellst mich hier vor. Rätsel. Was sagst du mir? Die Hügel liegen von Nebel und Finsternis. Den Mann am Kreuz. Was soll ich finden? Ich kann ja nur hier hin. Ja, da komme ich nur wieder zum Dorf. Aber ich muss zu den Hügeln. Einen anderen Weg gibt es ja nicht. Das Spiel überfordert mich. Merkt ihr es? Ist ein bisschen doof. Finde ich jetzt, aber... Wahrscheinlich stellt ihr euch da besser an. Weil für mich ist es ja blind. Ja, ihr seid doch alle verrückt. Ach, hier haben wir noch einen Brief. Gut, bin ich zurückgelatscht. Eigentlich für nichts, aber... Ja, ja. Wo komme ich da hin? Ach, noch ein Brief. Wahrscheinlich habe ich schon viele dieser Briefe übersehen. Ist nur Wasser, da möchte ich eigentlich nicht hin. Gehen wir wieder hoch. Das ist mir zu unheimlich hier unten. Aha. Was ist das hier? Ist doch nur ein sinnloser Raum. Die beten irgendwie. Ups, jetzt bin ich ins Feuer gelaufen. Sorry, Jackie. Bestimmt ein bisschen will getan. Ach, krankhaft war ich schon. Teufelhunden? Die meinen wohl... Teufelshunde. Oder so. Irgendwie was? Ja, 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 ja. Die Amerikaner und Deutsche, ne? Jeder rät durch im Krieg. Vorsicht. Die Hügel. Ja, was tun wir in diesen ollen Hügeln? Also ein bisschen die Waffe in die Luft schmeißen. Mal gucken, ob sie unser Schieß, wenn sie auf dem Boden aufschlägt oder was. Okay, tut sie offenbar nicht. Blöd, hast nur eine gefangen, ne? Musst noch üben, Jackie. Aber vorhin war hier noch ein Typ. Ist der jetzt wieder da? Weil den habe ich doch nicht gekillt, oder? Was sind das denn? Das sind nur Gemäuer. Ähm. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Von da. Was ist jetzt mit der Darkness? Ich bin doch nur... Ach, ich bin zu nah an dem Ding da dran. Ich möchte doch nur hier. Hoch. Hier ist da, wo ich sein möchte, ja. Ähm. Okay, wo führt mich das hin? Haus. Ähm. Warte mal, geh mal. Okay. So, machen wir zu weit. Okay. Was hört man da? Die Geräusche verunsichern mich. Kann ich da rein? Hier. Ich wollte da nicht was... tun. Geht's ja dann weiter. Nehm ich jetzt mal stark an. Das Typ. Das sind wieder... Deutsche. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich brauche einen Sprengmeister. Aber ich habe keine Finsternis hier unten. Also... Nicht Finsternis. Ich meine... eine... eine Quelle. Ich sehe auch gar nichts. Wenn ich jetzt ganz dunkel mache... Kommt sie dann? Oder wirklich alles... ausmache, was auch nur den geringsten... Funken Licht gibt. Was ist jetzt alles gewesen? Nein. Oder? Oh, da unten brennt noch Licht. Hier. Von der Tappe. Aber... Aber... Das Geräusch ist zu... Das Geräusch ist zu... Was? Kann ich die kaputt schießen? Nein. Nicht wirklich. Der ist ein Kern. Nein. Ich habe wirklich... Keine Ahnung, was ich noch tun sollte, Leute. Wirklich mal wieder... Null Plan. Ich sehe auch gar nichts. Vielleicht hätte ich... Licht anlassen sollen. Ne, die Fässer kann ich ja auch nicht kaputt schießen. Überlegen, 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 überlegen. Ich sehe hier so ein bisschen mehr. Das ist irgendwie nicht die Lösung. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. dilesia, ich sehe... Ich sehe.